Wir schreiben das Jahr 2401. Die Menschen kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen ein Volk grausamer Kreaturen, die Timesplitters. Diese reisen mit Hilfe von Zeitkristallen durch unsere Geschichte und drohen die Menschheit auszulöschen. Unsere letzte Hoffnung ruht auf einem kleinen Schiff, das sich in diesem Moment der Erde nähert. An Bord befinden sich neun gestohlene Zeitkristalle, mit deren Hilfe die fähigsten Wissenschaftler der Erde, die von ihnen gebaute Zeitmaschine zum Laufen bringen wollen. Der Plan? In der Vergangenheit nach dem Ursprung der Kristalle suchen und diese vernichten, um den Krieg zu beenden, bevor er überhaupt begonnen hat. Anflug auf Atmosphäre. Wieder ein Trittsequenz initialisieren. Unbekanntes Schiff! Hier Mission Control! Identifizieren Sie sich! Over! Hier ist Cortez. Sergeant Cortez! Willkommen zu Hause, Sir! Ich stehe Sie zum General durch! Cortez! General! Was zum Teufel ist da unten los? Die Splitters! Sie greifen uns an! Haben Sie sie, Cortez! Sind Sie an Bord? Ja, Sir! Ich hab Sie hier! Sie müssen sie herbringen, Soldat! Da machen Sie sich mal keine Sorgen, ich... Triebwerker aus Verlaufsteuerbord. Notsystem wird gestartet. Vor allem! Warnung! Warnung! Verdammt! Ich denke, wir haben es! Hey, da ist Sergeant Cortez und er lebt! Warum hängt er verkehrt herum? Kommen Sie, Cortez, auf die Beine! Oh, das muss doch wehtun! Alles okay, Sarge? Los, Sarge, wir müssen zur Basis zurück! Die Splitters scheinen ziemlich sauer auf Sie zu sein! Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Hier, nehmen Sie diese Waffe, Sergeant! Los, hier entlang! Zentrale, bitte melden! Was gibt's? Wir haben Sarge den Cortez gefunden. Er lebt und ist wohl auf. Wir kommen jetzt zurück! Roger, gute Arbeit! Bring Sie ihn zurück! Das Parking ist unsere letzte Chance! Der Rest der Einheit ist ausgeschwärmt, um unseren Rückzug zu sichern! Okay, gehen wir! Aufpassen, Marine! Sie kommen! Wer sind die? Das sind keine Splitters! Und wenn schon! Er schießt diese Kerle! Wir müssen Cortez zur Basis zurückbringen! Da sind noch mehr! Hey, Cortez, sind das Freunde von Ihnen? Es fällt einfach mehr! Weiter feuern! Kommen Sie, Sarge! Kommen Sie! Gehen wir, Marines! Hierher! Es sind zu viele! Ich brauche Hilfe! Wir haben Jameson! Wie viele von diesen kaputten Typen sind da! Los, Marines! Wollt ihr ewig leben? Schön, dass Sie zurück sind, Sarge! Wo ist eigentlich Corporal Hart? Corporal, wer? Ach, vergiss es! Hier lang! Deckung! Runter von der Brücke! Runter von der Brücke! Los, los, los! Das gibt's doch nicht! Die haben die Brücke schon wieder gesprengt! Die haben sie schon siebenmal wieder aufgebaut! An allen Einheiten! Die Brücke wurde zerstört! Sie müssen einen anderen Weg zurückziehen! Das Mutterschiff der Splitters stürzt ab! Jaha! Kommen Sie, Sarge! Ah, Cortez, Sie sind zurück! Kommen Sie her! Schnell! Cortez, die haben uns hier festgenagelt! Wir können nicht weg! Miller! Verdammt! Miller hat's erwischt! Nehmen Sie das Scharfschützengewehr! Es werden immer mehr! Guter Schuss, Cortez! Die Basis ist gleich da vorne! Kommen Sie! Bewegung! Wir müssen den Pass halten! Falsplitter! Alles okay, Sarge? Da sind noch mehr! Guter Schuss, Soldat! Weiter jetzt! Stopp! аздat! Achtung! Cortez! Ihr Idiot! Ah, Schatten Cortez, ich kann hier für dich besser sein. Folgen Sie mir bitte. Cortez, das wurde aber auch Zeit. Ihr Wimmelt es von Splitters. Klemmen Sie sich hinter das MG, aber zackig. Da kommen Sie! Schießt auf alles, was große Trainer hat. Sie kommen aus den Wänden, Sie kommen aus den verdammten Wänden! Cortez, machen Sie schon! Noch mehr, südlicher Eingang! Schatz, das noch einer auf dem Felsen! Da drüben! Die Verstärkung ist da! Feuer einstellen! Cortez, Feuer einstellen! Gute Arbeit, Cortez! Der General wartet, Sarge! Ab zur Basis! Wir versuchen, diese Bastarde aufzuhalten! Kommen Sie, Sarge, kommen Sie! Sie kommen über die Felsen! Angriff! Stellung halten! Kommen Sie! Los, Cortes! Laufen Sie zur Basis! Wir können Sie nicht ewig aufhalten! Ich will, dass Sie zurück sind, Sarge! General! Cortes! Sie haben's geschafft! Haben Sie sie? Ja, hier! Gut, bringen wir sie ins Labor! Unser Team hat entdeckt, dass die Kristalle bei Zeitreisen Energie abgeben. Also haben wir unsere Scanner neu kalibriert und können nun Gebiete orten, in denen die Kristalle aktiviert wurden. Und was glauben Sie, dort zu finden? Alles, was uns zu ihrem Ursprung führt. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber mehr haben wir nicht. Ah, wir sind da! General! Cortes, das ist Anya, unsere wissenschaftliche Leiterin. Sind Sie da drin? Wunderschön! Bring Sie sie zur Maschine, damit wir anfangen können. Ich habe an mehreren Stellen Energierückstände gefunden, aber die höchste Konzentration ist genau hier. Das ist im Ozean! Nein, nicht ganz. Früher war dort eine Insel, die allerdings 1924 bei einem Überfall zerstört wurde. Und wann wurden die Kristalle aktiviert? Das wissen wir nicht genau. Die Berechnung der Koordinaten der Energiepakete ist kein Problem, aber wir haben keine Ahnung, wann es zu den Zeitsprüngen gekommen ist. Aber Sie vermuten jetzt, dass die Zeitsprünge mit der Zerstörung der Insel zusammenhängen, oder? Ganz genau. Hier, bitte stillhalten. Was ist das? Das ist ein Uplink zur Zeitmaschine. Sie werden jetzt die Insel noch vor ihrer Zerstörung erreichen. Tut mir leid, Cortes, aber ich muss meinen besten Mann dorthin schicken und das sind Sie. Dachte ich mir schon. Na gut, ich suche die Kristalle und verschwinde dann. Ist doch ein Kinderspiel. Viel Glück, Cortes. Danke.